hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen wieder youtubers live 1 und wir machen direkt weiter hier auch wenn wir bärischsten aber das ist das erste mal egal so komm wir quatschen einfach mit jedem der hier ist bla 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 ist das geil und ich würde sagen wir gehen wieder nach hause wir haben noch ein bisschen was zu tun wir sind eh nicht so der party typ ja jetzt darfst du mal was essen oh falsche tasten neues gaming video wir machen erst mal das hier so das da überall plus so 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 nein jetzt hab ich oh man achte doch mal auf die zahlen so 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 ja bleibt gesprungen und 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 orange aber auch nicht deswegen kommt das da ich kann ich kann jetzt nicht mit dir reden tut mir leid so 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 und so so Ich verstehe nicht. So. 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 Ähm. Das. Das und das. So. Ja, wird immer besser hier. So. 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 nicht gedacht. Oh, wie viel Kohle wir schon wieder haben. Nice. Du gehst gleich noch mal arbeiten. Lost Money. So, jetzt gehst du noch mal für Sechser. Da bin ich mal gespannt. Wir haben aktuell 79.000 Follower. WTF? Ich will hier im Real-Life-Farm. Wir haben fast über 1000 Money. Läuft. Unser Spieleschrank wird auch mal voller. Geil. Nice, nice, nice. So, noch einmal arbeiten. Dann haben wir das auch erledigt. Nach dem Arbeiten nehmen wir wieder ein Gameplay auf. Ist klar. Können wir ja schon mal gucken. Ja, ich glaube wir müssen uns ein neues Spiel holen. Wir müssen uns ein neues Spiel holen. Wir holen uns erstmal nur eins, würde ich sagen. Wir holen uns das da. Und nebenbei rüsten wir nochmal kurz ein bisschen auf. Maus, Hammer, Webcam, Mikrofon, Kopfhörer. Dann haben wir alles. Ich liebe den Kaffee. Ich liebe den Kaffee, ich liebe questi. Ich liebe den Kaffee. um so so Und Resistor. Und neues Gaming Video natürlich. Erstmal eine Preview. Popfilter. Mono. Süchen Aufnahmen starten. Hallo? Jetzt. So. Oder heißt das, dass ich mir immer eins von denen aussuchen kann? Das wäre natürlich auch geil. Dann machen wir das nämlich jetzt so. Ähm, Lila und Grün. Habe ich beides nicht. Deswegen würde ich mal das hier nehmen wollen. Grün und Braun. Hammer! Hammer! Lila und Braun. Hammer natürlich nicht. Aber wir haben das da. Okay. Kein Grün. Wobei doch, eh mal können wir machen, ne? So. Lila und Braun. So. Aber beides nicht wirklich. Tatsächlich. Machen wir das da. Grün und Braun. Hammer tatsächlich. So. 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 Lila haben wir nicht mehr. Machen wir deswegen. Machen wir das da hin. Das ist oben. Dann nehmen wir das. Das. Ähm. Wir nehmen das. Das. Und das. So. So. Oh. Interesse. 100%. Holy. Shit. Und das ist uns, was die Wend-Fash machen. Wir glauben deine Unterstützung an der Schüssel zu unseren Erfolgen. Ja. Äh. Ne. Das nicht. Aber Kalender. Ahh. Mhm. 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 So. Yeah. Oh, so, wir gehen noch einmal schnell arbeiten. Kann ich hier wieder was holen? Nee. Aktuell noch nicht, schade. So, auf zur Präsentation. Wie sieht es hier aus? Das ist jetzt sehr gut, das gefällt mir. Na, dann guck mal, ich will das Spiel wieder gratis haben. Ja, die Premium ist normal, die erstellt ihr ja. Ja, das Game wird am Juni 2021 im Preis 1 Dollar veröffentlicht. WTF? Feverish Mushroom. Wir reden einmal mit ihr und wegen dem Spiel. Das möchten wir natürlich gratis haben. Na, danke, danke, danke. Oh, diese Lache. Oh, diese Lache, Alter. Aber hier habe ich komischerweise unbegrenzt Zeit. Das ist seltsam. Ah ja, komm, gib wieder gutes Geld. Ähm, warum kann ich mich nicht... Blablabla, blablabla, blablabla. Okay. Aha. Aha, aha. Na, dann macht mal Fotos von mir. Du bist doch nicht wirklich bekannt, willst du mich verarschen? Ich habe mehr Abonnenten als du auf YouTube. Ähm, einmal das. Okay. Aber das war nicht das von der Ehen hier. Da ist es. Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Oh Gott, was ist denn jetzt? Komm, wir bleiben wieder mehrere. Ganz vergessen. Erstmal das hier. Vier Tage, okay. Grün. Einmal das. Das ist das. Ähm, das ist das. Ähm, das ist das. Ja, gut. Nehmen wir das. Das ist das. Und wir nehmen das da. Und wir nehmen das da. Ähm, so. Drei Tage. Okay, reicht's ja noch aus. Ähm, so. 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 Und so. Rendern akzeptieren. Hochladen. Und direkt das nächste aufnehmen. Das da. Ich hoffe nur nicht, dass ich beim Spülen jetzt einpenne. Ich hoffe nur nicht, dass ich beim Spülen jetzt einpfehl. Ich hoffe, dass ich beim Spülen jetzt einpfehl, dass ich beim Spülen jetzt einpfehl. Das da. Ähm, das da. Das da. Ähm. Das da? Das da? Komm, ich seh schon, komm, ich penne gleich ein. Das da? Und, kein Lila. Das da. Na, wir nehmen das da. Und für was hab ich denn jetzt eigentlich Geld bezahlt? Da stand doch irgendwas da. Äh, so. 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 Ne, das nicht, das werden wir noch brauchen. Ähm. Und so. So. So, rennen, veröffentlichen. Und ne Runde, penne geht. Nein. Was ist denn jetzt los? Na ja, komm, geh mal müde zum Event. Geht ja nicht anders. Aber wie es im Event weitergeht, das erfahren wir im nächsten Video. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Nächsten Tag und bye, bye. Bye. Rockstar, dance until I drop. My life is just hard in my homestead club. Must exist the dance, somebody never stops. Upp. Musik. Vielen Dank.